Der Liga, Pujic nimmt er direkt, klar. Na klar! Pichop findet Jostmann, Jostmann trifft ihn, die Giants fangen an mit 2 von 2 von ihm, der 3er Linie. Der Mann aus Chicago, Illinois. Boah, schöner Pass. Pichop. Ja, das ist der Rhythmus des Spiels. Ja, hat sich schon gelohnt, dass er ihn noch nicht ausgewechselt hat. Mohamed, lass krachen! Gut! Wäre da ein Meter näher dran gewesen, dann hätte er den, glaube ich, genommen. Jostmann super den Ball bewegt. Das ist Bayer Giants Basketball. Der Liga bringt den Ball gegen Mohamed. Und verliert ihn. Kovacevic, gut. Ja. Da hat vieles gestimmt in dieser Offense. Stoll wartet. Ah, Gottschalk ist da, ja. Kovacevic schießt einfach weiter. Kovacevic gegen Oktara. Muss auch dagegen sein, ja. Ja, das ist so. Was ja genial ist. Kovacevic für 3. Die Giants wieder mit 5, 10 vorne. Mit einem 4 wäre leider viel zu wenig gespielt. Der Nachwuchsgall reicht. Dejan Kovacevic. Noch einer. Jetzt hat er 10 Punkte. Zweifelster Stoller bei den Giants. Pass. Mohamed passt auf. Und Jostmann. Und Bischoff. Und Bischoff für die Giants. 9 von 14 von Hinwitz der 3er-Linie. 19 Punkte Führung. Maring und Stoll für 3er-Linie. Festes Switzen, das. Boah. 4 Punkte, die sie da haben liegen lassen. Bischoff. Über, Lodas, rüber. Nach dem Motto, ja gut, wenn du nicht rauskommst, dann schieße ich den rein. Und heute fallen die eben. 12 von 21. Ja. Rüßmann. Ja, da ist er da. Melvin. Rüßmann. Ja, Döll auf der anderen Seite. Und da kommt Mohamed. Stark. Natt in Malhaus. Aus. Und der 3er vorne. Ja, das wird ihm gut tun. Abdul Mohamed, 8 Punkte, 5 über uns, 20. Mohamed. Schön. Passt. Reverse Layup. Auszeit Fechter. Giants mit 20 vorne. Ja. Das Foul darfst du nicht begehen, Andrew Jones. Starkes Finish von Aris Kujic. Toll. Ganz schwieriges Ding. Aber zählt. Super Hilfe von Lodas. Sensationeller Stecker von Gottschall und eine ganz tolle Offensive. Tölle. Also der Ballmove mit Mark. Jemand hat das gefallen. Dieses Viertel. Bishop. Wer übernimmt jetzt? Gray? Gray. Patrick Gray. Und ich meine, in einer Minute haben wir schon die Crunch-Time. Mujic macht das natürlich clever. Versucht gegen ihn zu ziehen. Und da ist er! Der Melvin. Fahrer wieder in der Telefonzelle. Ganz wichtiger Dreier. Das ist unfassbar. Comeback win von Raster Fechter. Und schauen Sie sich an, wie die sich freuen. Das war wirklich unfassbar. 29 zu 9. Gewinnen die Gäste diesen letzten Durchgang. 29 zu 9. 30 zu 10. 30 zu 10. 30. 40. Der Melvin. 52.